Bala Gunasana, die Stellung der kindlichen Eigenschaften, in verschiedenen Variationen vorgeführt von Fabian. Komm mit dem linken Fuß zur Zehenspitzenstellung und setze dich auf die Ferse. Halte das rechte Knie gebeugt, linke Knie ist auf dem Boden. Rechtes Knie oben in der Luft und halte die rechte Hand auf dem rechten Knie, die linke Hand auf dem linken Knie. Als Variation kannst du auch mit dem rechten Fuß auf die Zehenspitzen kommen und so kannst du das Knie noch näher zum Brustkorb geben. Und wenn du die Herausforderung suchst, dann hebe den Fuß ganz hoch und balanciere auf der linken Ferse. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.